Herzlich willkommen bei Disney Channel Insider. Heute direkt aus meinem Büro. Viele von euch haben es nämlich bestimmt schon gemerkt, meine Stimme ist in vielen Online-Trainern des Disney Channels zu hören. Ich bin nämlich auch Synchronsprecherin und heute nehme ich euch mit ins Disney Channel Tonstudio. Los geht's! Und hier geht's jetzt rein. Hallo! Guten Tag! Das sind meine Kollegen. Hi! So. So, heute nehmen wir den neuen Trailer von Liv und Maddie auf. Wenn ich ins Studio komme, das Erste, was ich mache, ist meine Haare zusammenbinden. Das nervt nämlich sonst immens, wenn die die ganze Zeit im Gesicht rumschwirren. Zapp, zapp, zapp. Aber das Gute ist, wenn man spricht, dann kann einen keiner sehen. Das ist jetzt die Ausnahme. Hier habe ich übrigens noch ein paar Sprecher-Tipps. Stehen ist zum Beispiel relativ gut, weil man dann gut atmen kann. Man kann natürlich auch sitzen. Das ist jedem Sprecher selbst überlassen. Genügend Wasser ist immer sehr wichtig. Prost! Am besten ohne Kohlensäure. So klingt man immer frisch. Wenn man morgens aufsteht, am besten kein Kaffee. Wenn man Kaffee trinkt, Milch weglassen und Zucker. Süßigkeiten sind vorm Sprechen total schlecht, weil das verändert alles und dann fängt man an zu klacken. Und der Tonmeister hört alles. Das übrigens ist ein Popschutz. Der ist dafür da, dass die P's zum Beispiel nicht so ploppen. Und naja, der Reini, der Tonmann, überprüft dann, ob drüben auch alles richtig ankommt. Liv und Maddy Teaser. Das ist der, der hier auch direkt vorne ist. Also, wir haben ja jetzt zum Beispiel hier den Satz, wird jetzt alles anders. Es gibt natürlich ganz verschiedene Tonalitäten, wie man das sagen kann. Zum Beispiel Spannung. Bei Liv und Maddy wird jetzt alles anders. Oder man kann es auch Comedy-mäßig machen. Bei Liv und Maddy wird jetzt alles anders. Oder man kann es düster machen. Bei Liv und Maddy wird jetzt alles anders. Oder auch nicht. Jetzt würde ich sagen, können wir loslegen, oder? Seid ihr bereit? Okay, kann man. Aber ab 19. Juni im Disney Channel. Genau. Wenn es passt. Wenn nicht, dann lassen wir es raus. Okay. Geh los. Die Runys übernehmen Kalifornien. Bei Liv und Maddy wird jetzt alles anders. Das Gesprächsthema Nummer 1 in ganz Hollywood. BAM! Was? Liv und Maddy, die neuen Folgen, ab 19. Juni im Disney Channel. Bei Liv und Maddy wird jetzt alles anders. Kannst du das bitte ein bisschen schneller machen? Mhm, klar. Bei Liv und Maddy wird jetzt alles anders. Cool, danke. Also nur Endpage, oder? Okay. Ja? Liv und Maddy, die neuen Folgen, ab 19. Juni im Disney Channel. Nee, warte mal, den habe ich ja schon gesagt. Montag bis Freitag. Ich streiche mir die Namen mal ab. Ich mache mir ein Häkschen. Liv und Maddy, die neuen Folgen, ab 19. Juni im Disney Channel. Gut, dass ich hier viel Platz habe und stehe, weil sonst würde ich hier alles umhauen, was um mich herum ist. So, wir reden eigentlich mit Liv und Maddy schon fertig. Mhm. So, das war's. Und den fertigen Trailer seht ihr jetzt hier. Die Runys übernehmen Kalifornien. Bei Liv und Maddy wird jetzt alles anders. Du bist das Gesprächsthema Nummer 1 in ganz Hollywood. Und bam, was? Liv und Maddy, die neuen Folgen, ab 19. Juni im Disney Channel. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Bis zum nächsten Mal bei Disney Channel Insider. Bis zum nächsten Mal.